So und damit willkommen zurück zu... äh Quatsch, nicht Lumberjack Dynasty, sondern Trader Live Simulator. Okay, wiederum denken, ich muss F drücken. So, ähm, wie sieht's aus? Wir haben Geld, Geld in der Tasche, wir steigen ins Auto, wir steigen nicht ins Auto, sondern F drücken. Dummerweise weiß ich nicht mehr, wieso ich so viel Geld habe, beziehungsweise habe ich auf irgendwas gespart? Scheiße, warum habe ich so viel Geld? Ja, wir müssen... Wir... Ja, Scheiße, was kaufen wir? Wir gucken mal, was im Angebot ist heute. Ja, Todeskurve, so langsam bremsen, hier hebt's. Nein! Na Gott, das! Und ich war drauf eingestellt auf die Kurve, verdammt! Äh, ja, da ist die Straße. Oh Gott! Ich hab doch schon gebremst. Jedes Mal dasselbe. Mein armes Auto. Lalalalalala. So. Diese blöde Kurve. Und ich würde vermuten, ich habe auch irgendwelche Elektroartikel gespart. Ich weiß noch nicht, was ich von den kleinen Sachen alles habe. Ach Gott! Oh! Hm. Guter Preis. Wie viel? 880. Okay. Hm. Hm. Tablets. Hm. Keine Smartphones. Ähm. Was kostet hier? Ein guter Preis. Äh. Kann ich mir nicht leisten. Ich glaube, so eine Mikro-Belle hatte ich letztens gekauft. Okay, was kostet ein Kühlschrank? Uh. Wenn ich so einen Kühlschrank verticken könnte. Ich kaufe einen Kühlschrank. Halleluja, ist der groß. Äh. Mein kleines Auto, schaffst du diesen Kühlschrank? Oha. Äh. Wieder falscher Knopf. So. Wir fahren mal zum Laden. Kühlschrank. Kühlschrank bist du noch an Bord? Ja. Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt verkaufe ich Kühlschränke. No potatoes. Okay. Kartoffeln werden gebraucht. Müssen wir demnächst mal zum Bauern fahren. Ja. Wobei, das können wir auch diese Folge machen. Gucken wir mal, was an Obst und Gemüse so fehlt. Okay. Schauts tatsächlich übersichtlich aus, wenn ich das so beurteilen kann. Oh Gott. Diese Kiste ist einfach viel zu groß. Äh. Wir müssen niemand da platzieren. Äh. Und jetzt. Ob der Kühlschrank kommt. So. Okay. Stromrechnung auch bezahlt. Moment. Ne. Mausunterlage mal ein bisschen zur Seite. Gut. 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 Gucken wir. Kein Tee, keine Kartoffeln. Alles klar. Moment. Wie viel haben wir schon verkauft heute? Für 600. Okay. Wir nehmen mal ein bisschen Geld mit. Okay. Also Tomaten haben wir noch. Und ein paar Bananen. Ansonsten war es das. Okay. Wir fahren zum Bauern. Äh. Mit den Sementen. Ach, da drüben steht ja auch noch was. Auf der Treppe. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel ich damals hingestellt habe. Ob sich das verkauft hat oder nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Scheiße. Lalalala. Wir fahren zu dem kleinen Bauern. Und kaufen tolle Sachen. Okay. Keine Windeln mehr. Muss ich mir nicht merken. Denn die gibt es beim Bauern nicht. So. Irgendwo war doch hier der Traktor. Jawohl. So. Schön entspannt. Langsam. Oh Gott. Aussteigen. So. Also. Es wurden gefordert Kartoffeln. Ein guter Preis. Melonen auch guter Preis. Ist heute Bauern Tag. Koffens. Jawohl. Tomaten haben wir noch. Sind aber auch guter. Bananen auch. Orangen nicht. Wir nehmen nochmal Kartoffeln mit. So. Paprika. Ah. Bananen. Na komm. Einmal Orangen. So. Nochmal Paprika. Ja. Gurken. Hatte ich nur einmal geholt. Komm. Dann nehmen wir nochmal Gurken mit. Ah. Bananen. Oder blöde Äpfel. Äpfel habe ich auch noch keine. Komm. Äpfel. Äpfel. Ich will mal nicht so sein. Komm. Nochmal Äpfel. So. Jetzt haben wir aber. gut Geld hier gelassen. Gut Geld hier gelassen. Oh Gott. Ah. Das hat geklappt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Meine. Tolle Ladung. Da 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 da. Da 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 da. Washing Powder. Washing Powder for the win. Lalalala. So viel Obst. So viel leckeres Obst. Bremsen. 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 Aussteigen. So. Tomaten und Orangen haben wir da drüben. Gut. Was war das? Äh. Gurken. Hm. Die hatten wir hier unten nochmal. So. Wieviel Gurken passen hier wohin. Oder mache ich nicht so viele und lasse die Kisten stehen? Ja. Machen wir so. So. Dann. Warte ich sagen. Kartoffeln. Ja. Ach komm. Ja. Blöden. Kartoffeln. Da machen wir die eine Kiste leer. So. Für die Melonen brauchen wir dann nachher ein bisschen mehr Platz. Als nächstes die Melonen. So. Melones. Meloni. Melona. Ähm. Kriege ich die. So hin. Die passen. Exzellent. Kein Donut. Oh je. So. Kein Tee. Ja. Das habe ich vorhin schon gelesen. Ähm. Einmal Äpfel. Na komm. Ihre Äpfel. Na komm. So. Äh. So. Kurz. Hier hochklettern. Wieder. So. Was hatten wir noch. Äh. Paprika. 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 Ti ti ri ti ralala. So. Eine Kiste. So. erst mal 10 Packungen. Was ist das hier noch? Äpfel. Ähm, für Äpfel habe ich gerade keinen Platz weiter. Die kommen hier an die Seite. Orangen. Kriegen wir die noch zwischen? Die No Eggplant. Joa. Habt soll's. Schwupsi. Und Bananen. Nachkommen. Immer noch eine Packung. Okay, jetzt da hoch. Okay, dann hätten wir hier erst mal alles ausgepackt. Äh, okay, also wir brauchen Windeln und Tee. Hat sonst noch was gefehlt? Keine Eier. Okay, ich glaube, wir müssen bestellen. Tee, Windeln, Eier. Tee, Windeln. Ach, Mist. Wir können nicht bestellen, weil wir nicht genug Geld haben. Auf der Karte. Wuss. 3000. Ich hab den. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben den Kühlschrank verkauft. Wie viel hat der gebracht? Wie viel hat der gebracht? Du Heilige. Moment, Moment. Wo bist du? Controller. Mikrowelle für 750. Ich werde elektrisch. 1,6. Okay, 750 und 1,6. Gucken, haben wir sonst irgendwie. Wir haben eine weiße, weiße Spielkonsole. Alles klar. Ansonsten nichts großes. Was ist das? Elektro laden. Ich komme. Oh Gott, es wird dunkel. Licht an. Oh mein Gott. Aussteigen. So, wir kaufen erstmal einen neuen Kühlschrank. Äh, ein Kühlschrank. Äh, ein Kühlschrank. 1,6. Äh, ja gut. Komm. Kaufen. Mikrowelle. Was? Wann da zwei drin? Kaufen wir mal. Ich habe zwei Mikrowellen verkauft. Okay. Äh, weiße Spielkonsole haben wir. Die schwarze ist nicht im Angebot. Äh, ein 7 haben wir nicht mehr. Ich bin mal zu teuer. Wie wäre es mit einem Toaster. Wie wäre es mit einem Toaster? Dann nehmen wir es mit einem Computer. Äh, ich bin zu klein. Verdammt. ich renne mal schnell noch rüber strom dürften wir jetzt noch nicht zahlen müssen wobei ich brauche das geld gerade nicht irgendwann mal essen ok so 361 361 so und dann machen wir hier 200 gut halleluja achso ich beende hier mal die folge tschüss bye bye bis zum nächsten mal